ja und willkommen mein name ist daniel p und ich begrüße euch zurück zu let's play lego star wars die skywalker saga in der letzten folge haben wir episode 2 begonnen die vorletzte aber wir sind immer noch in episode 2 von star wars lego die skywalker saga angriff der klonkrieger wir müssen django fett hier verfolgen und ich weiß nicht was mit r4 los ist aber das irgendwie die ganze zeit hier am durchdrehen meine güte richtig ab bevor wir weitermachen nicht gehen noch mal ein hier oder wenn ihr noch da kommen wir mal hin aber ich wollte mich hier noch kurz umschauen ein ganz neues bisschen bei uns fehlen ja nur noch fünf steine wir sind ja auch camino und ich meine ich habe gerade irgendwie gesehen wo ich hier rein kann hier kommen wir rein hier kommen wir rein glaube ich oder auch nicht ich dachte ich hätte jetzt hier gefunden wo wirst du schon wieder war ob du mal hier in der nähe wenn sie mal mit dem los ist da haben wir ja der kühlschrank ich muss dann auch bleiben ok dann gehe ich da rein in der dusche ist der eiskalt eine dusche weil auch am kanale also nicht wie steinig hier duschen so wie bin ich erst bei 40 prozent obwohl ich hier schon dass alle dinger gesammelt haben jetzt habe ich doch voll viele gesehen wo sind ja ganz wieder bewegen r4 nicht aufsitzen lassen schade ich habe versucht hier dieses eine level mit mit sam weasel noch mal zu machen aber ich habe da irgendwie nicht gefunden da kann man kann man rein irgendwie hat statt nicht gefunden mit wo wir es ja im wiesel ja verfolgen mussten mit diesen diesen taxi dingen ich habe ich überhaupt kosten herum geschaut aber irgendwie habe ich es nicht gefunden entweder das oder ich bin blind keine ahnung aber aber war nirgends wo ob ich mir da rein zu gehen dann komme ich dann dahin die man da drin ist vielleicht irgendwo so ein ding hier so ein da habe ich dir natürlich nicht gehen wir mal kurz dem pro to call reden wenn ich brauche ich sehe jetzt nicht was hier sein könnte ich nehme an irgendwo okay habe ich mir irgendwie gedacht ich habe gedacht da drin wäre eine batterie drin oder so aber anscheinend nicht das war unangenehm da bin ich rumgelaufen jetzt schon gar nicht mehr mit die leute hier haben meistens sowieso nix ist uns hat zu sagen ja wenn sie in der ome wieder durchgeleiten wo will ich dann hinten okay alles klar nein auch dadurch warte mal aha nein was machst du da nein genau war das war so gott was für eine million was am verlaufen lassen ich weiß gar nicht wo der himmel muss ich denn hier hin rein aha hier eben eine wow muss man wahrscheinlich sogar so machen die bei das mit dem wetter tut mir leicht camino ist vollständig mit wasser bedeckt wir müssten in den nächsten zwei bis drei jahren eine trockenperiode haben ja und ja die musik warte mal bist du nicht hallo du bist batterie die musik ist immer noch ein problem habe ich sag für in dem park wo wir episode 2 begonnen haben bei der horne musste ein paar sachen ausschneiden es hat schon nicht mehr gereicht seit led stumm zu schalten von dem text call jetzt muss ich aber das ganze video werden werden naja das ist ein bisschen nervig dann wie eine szene wo ende kennt zum ersten aufgetaucht ist muss ich auch ausschneiden weil irgendwie das thema der liebe abgespielt wurde es ist ein lied dieses romans zwischen partner und eine kind darauf sollte die euch vielleicht einsteig ich habe jetzt den sound noch mal runtergestellten in der offenen hat irgendwie was hilft aber mal schauen nach jeder nach jeder aufnahme station tue ich hier im sound unterschalten mehr kann ich nicht machen und gucken ob das irgendwie hilft ich jetzt wüsste wie ich hier runter kommen ich habe jetzt wird nicht mehr so viele probleme ergeben da ist dann hier oben in der spiegelung davon er sagte mir irgendwie schon ziehen aber machen das ist nicht wie ich darunter kommen irgendwie kann man da runter nein falsch da kann man da nicht runter naja da war man da gar nicht glaube ich die karte ja noch zugedeckt war ja unaufgedeckt unerkundet so und die ist aber denken pass auf um mich hier na so ich muss wieder reden von obi-wan kenobi in unserer einrichtung haben wir diesen machtfähigkeit test erstellt jetzt kann obi-wan oder jeder andere je die seine talente zeigen um der forschung willen natürlich und weil die macht echt cool ist zwei schlüssel einer befindet sich in diesem raum und der andere im nächsten sie müssen in mein prüfgerät eingeführt werden ok war oder ich sehe schon na gut hier was hat hier heiße trat ok warum ist ein geschwungen na na ja gott die perspektive hilft ihm nicht gerade wirklich vielleicht so sehr hier den schatten oder licht hier da meiner 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 ist da hinten da ist so weit weg da müssen das ding jetzt schon da hinten da wenn das nicht schick ist herzlichen glückwunsch ihr habt den test bestanden ich erlaube euch dies mitzunehmen die begehren solche artefakte aber sicher doch manchmal ist mir einer fehlt noch einer fehlt noch der ist da hinten den sehe ich ich habe auch einen kontakt mit dem ding hergestellt was kommt soll ja keine ahnung mit der musik muss man sich halt weil ich muss euch abfühlen als sie einige stumm szenen gibt und so ne ich dachte kann ich irgendwie nicht hin da ist also ja das ist irgendwie geht hat nicht anders soll ich machen dafür warum bist du immer tut mir sehr leid aber ich bin dafür wohl der falsche ich kann hier sicherlich verhältlich sein das ist so gruselich mit ihm so rum zu okay wir doch mal hier nochmal hier lassen und meiner halbseite alt so jetzt haben wir alle dinger eingesteckt cool nun kommen wir ja weiter und ich sagen nein da kann man auf und davon zu warum meinst du eigentlich die ganze zeit weg hier du bleibst jetzt gefälligst man denn hier ich weiß nicht warum denn ich so jetzt kann man endlich django fährt hier lang genug gedauert ne auf aufwahl 4 befeuert kommt wenn er nur nicht mal auf der linken seite war arbeit habe ich gesehen hier kann man was das hier zu einer dekoration ich will auch noch eine dinge einige dinge ist eine figuren und so so wie ich habe sie da muss ich wahrscheinlich erst noch falsche absteigen um einzusteigen dort weiter geht's wir müssen glaube ich hier zum weltraum über camille ohne sogar mit dem richtigen schiff und so hinterher den kopfgerät jäger den sein kopf schnappen wir uns gerade so hier findet man eine figur irgendwo naja schon so ein stein hier ist nämlich an lächelst ich habe ton torbios anscheinend naja kein schaden das denkt man auch ein schaden sich gerade habe ein schiffen irgendwie die angriffskraft erhöhen aber und wenn man so viel aus alter ja nie so einen resistenten komet gesehen aber wenn er sich die figur dann ist noch mal ja auch nicht nett wie wir dann okay auch zu django fett django jagd aber man ist gleich von so ein bisschen daraus hatte ich weiß so wir fliegen das stroidenfeld sie nett überraschen und geschenk für mich ist aber nicht kann es wagen jetzt wird's holprig natürlich als kaputt also anscheinend wenn alles einzusacken wo willst du ich komme mit frieden sie ist noch nicht wie friedlich ich bin weil ich mal sagt ja weil es ein und beim ersten mal da muss ich auch wieder einsammeln sich gerade so ich weiß nicht ob ich diese eine von sam weasel noch nicht gefunden habe ich nehme man muss ein bisschen weiter spielen hier in der story aber mit dem bongo dabei auch schon irgendwie auch schon irgendwie sofort freigeschaltet nachdem ich das gemacht hatte deswegen jetzt gedacht könnte ja vielleicht auch schon machen einfach nur ja hier kann ich ja überall hinbewegen hier so eine verfolgung sagt wäre natürlich geil problem ist mit diesen ganzen dinge an ist halt ich tue die mal vorher abschließend bevor ich habe ich gefunden habe aber jetzt auch da könnte ich mich hier so ein bisschen umschauen und keine potten potter und torpedos potter und potter und das klingt wie ein idiot natürlich erstmals dinge näher zu unsere augen aufhalten ich habe mich eher auf die ganzen blauen kreide immer konzentrieren nicht vergessert man hört boah funk das war nicht auf die missporn oder nicht näher aber ein schaden so hat sie schon wieder so aus bis dahinten also gehen wir jetzt mal über 11 war schon wieder eine story ein stolper vielleicht absicht bevor ich als ein sondern konnte woher kommen diese zeichen eigentlich diese dinger ihr diese dinge ja wohl kommen diese zeit mal sollen ja bedeuten und wo sind die kommen wir nämlich ich mich schon immer gewundert irgendwie nach fünf und fünf noch legen die slave one so freischalten stimmt ich bin natürlich hier ein verfolgen wäre natürlich klappt ich näher mich aber bitte mach nicht die story schon weiter ich bin ja nicht fertig eine sekunde wo ich weiß muss sehr geduldig sein mit mir aber da gebe er mir eine herausforderung gibt es natürlich auch immer wieder nicht ich auch schon lange keine mehr abgeschlossen jemand die sagen mir gleich was ich da irgendwie verpasst habe ich weiß es nicht da ist der letzte ding ja dann war davon alle es kann ja das ist glaube ich als die herausforderung die ich wahrscheinlich schon vermutet habe ich irgendwas machen muss da jung ist irgendwas stand da das wird ein kurser kampf da ist büscherbomben folgesjagd starte erwarten ich bin aber nicht ja nicht alle dinge eingesammelt sich gerade das war auch wo du die dinge dahin schießt man so wie platziert der herrschlis lenker geht noch nicht also sonst da war spiel wo du alle episoden spielen willst doch wenn auch mal gerne ich weiß nicht richtig ist mit der richtigen grafiken und so ne wo alle episoden spiel zu sohn du machst mein leben komplizierter als es sein müsste das ohne so neografe ich meine das spiel schon gut genug aber damit zu echten grafiken ich habe alles als war aber ich habe mich gedreht henneke stolz auf mich wo wisse der star ausgarten squad uns aber wir spielen was mir nicht so gefallen hat ich habe überhaupt ein video hochgeladen und ich glaube nicht euch eigentlich auch mit dem weg gespielt haben wir das spiel uns so gefallen ganz ehrlich war auch sehr im reines pvp spiel von ein spiel hat immer ich soll später keine ahnung wenn man das durch mal hinter dir ich krieg dich hier nicht mehr gefasst so leicht schüttelt ihr mich nicht am kopf irgendwo hier musst du was verbergt ihr jack wer hat euch rekrutiert ja schon gesagt teurer noch eine lust auf spielchen sind so ernst jetzt habe ich dich mp stoß ich habe keine lust für spielchen mann spaß ist ein weg zur dunklen seite deswegen darf ich keine haben das wird sich ins gesicht ins gesicht ins gesicht ins gesicht mit sich ja immer noch das gericht ja noch mal zu drehen das ein guter trick jetzt geht es sich ins gesicht ins gesicht ins gesicht ins gesicht ins gesicht der lochenbalken ich dachte ich habe schon ich bin schon auf einen runter aber ja ich mache jeden einzelnen kometen den gauss wenn es sein muss wenn er kam dann so in der episode gewesen wäre ja schon wieder weg du bist du kannst bin ich entkommen ich meine alle millionen nach dieser mission also wenn ich die kaputt mache vielleicht bin ich den wo ist der kollege wo bist du ich frage eine bombe wenn ich alle deine bomben auf einmal auslösen ist irgendwo rein ja schon wieder zwei dinger mal ein stück aber wir haben schon wieder zwei dinger ja ich bring dich und dein sohn um wo bist du schon mit abgauen er hat schon als gezogen woast dieser lebensfreund verwirrt mich irgendwie oh mein gott da habe ich mich auch irgendwie so umdrehen ja ja wenn wir nicht so macht das jetzt die ganze zeit mit mir ja 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 wirft die ersatzteile mein bruder die starfheit hatte ich sleep von außen aber die war ein bisschen dicker hier gibt es so ungewöhnlich diese zahlen an föderationsschiffen herr 4 der musianer leiser ja aber gewiss doch mit diesen droiden haben wieder die republik noch die jedi eine chance ich wollte man sieht schon den namen der karakter du hattest wieder einen albtraum die haben keine albträume ich sah meine mutter ich muss ihr helfen ich werde dich begleiten auf diese weise kannst du mich weiterhin beschützen django jagt ich glaube dass jetzt alle herausforderungen aufgeschlossen habe beispiel freigeschalt jetzt noch wirst du mit dem ding zwar nimmt dem sam weasel aber ich habe genug punkte bei dem bonus zu holen und noch mehr punkte zu fahren nur ein ich muss ja herausfinden was hat irgendwie gesehen ich habe eins von drei irgendwo bekommen als ich durch so einen ring geflogen bin natürlich die ganzen meteoriden da fliegt jangos sternschiff micro die nennen die nicht live one wahrscheinlich zu brutal für die kids ich muss mich vergewissern dass es meiner mutter gut geht ok cool ob wir zwei neue da schon vorher so aus mit dem da hat mir aber ja selber nach oben so gab es hier noch irgendwie was zu tun wenn wir schon mal hier sind jetzt wo ich ja hier müssen er mit dem schiff hier noch mal irgendwie nicht so nachgucken gott hat sie komisch aus hier mit dem so besser ja 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 und dann so soll ich da machen hey du hier sagt der kunde zeigt mir was ich sehen will oder belästigt mich nicht weiter ich bin ich bin ich bin der kunde glaube ich bin ich bin ich der kunde das ist ein ablenken denn denn was mit denen auf sich hat aber wir schauen uns genau so ein bisschen um bevor er weitergehen bestimmt noch einige sachen geben die ich machen kann nein ich habe immer noch nicht genug ich habe 900.000 da macht man kaputt und punkte zu farben ja ich so ein multiplikator bist du ja kann ich alle anderen sachen kaufen nehme ich an weil ich dann halt mehr punkte krieg durch alle sachen nehme ich jetzt mal an ich bin an der reihe ich werde meinen haufen ich werde einen haufen er kriegen wenn ich diese nach nicht schnell überbringe aber ich kann die kelle zu denen sie soll einfach nicht finden dieser großen alten stadt ich weiß wieder kein aus und ich habe die nachschicht auf diese datendisk hier ich wollte nur jemanden mit der fähigkeit ihn tatsächlich zu finden aber natürlich ist die richtige also ich gebe euch die darf ich noch mein datenprotokoll wenn ich das ding jetzt noch hochfahren kann schwer ist hier irgendwo das ist derjenige den wir das datenprotokoll übergeben ist hoffentlich gibt es ein entscheidendes merkmal anhand dessen ihn aufspüren können für mich sind alle fleischlinge fleischigen gleich aus viel glück das heißt fleischsäcke nehmen wir an einer droiden vorfahren beispiel fleisch säcke warum nimmst du uns fleischsäcke naja wird euch von dem ganzen gewappel denn nicht schwindelig er sagt mir glaube ich bin ich da eine sekunde nur das ganze gewappel in eurem das ganze wasser wird euch da nicht irgendwie schwindelig wo ich müsste man als ob die old republic spielen ganz ehrlich nein so will ich da nicht was hat auch glaube ich auch gar nicht hier schon zu weit ist ja nicht hier unbedingt auf das ding platzieren jetzt gar nicht darauf nur ein das richtig und noch ein paar mehr eben noch ein paar mehr den themen sperren sie auffinden ich brauche noch gar von diesen dingern wenn ich euch dann aufpacken ein stehe ich war noch mehr von diesem ding an bitte jetzt gehen wir noch ein paar von denen noch er gibt mir keinen von denen an das möchte ich da irgendwie dran hängen oder so klingt nein in ein ich glaube das ding ist nicht richtig rein geackt hat andere stücke irgendwo rein zu haken ist nicht so schwer ich okay oh mein gott das ding wird vertagt okay er klappt irgendwie ja gerade nicht also mal den türen mit dem sperr eine kündliche gade mit dem sperren deswegen deswegen ist die mission so warte da kann ich noch bestimmt als jede rüber halt was dann immer noch dein dann trust die drei fahrten oder da komme ich aber nicht hoch da komme ich auch da komme ich nicht hoch da brauche ich ein spot sommer ich immer noch nicht habe auf den schwer typen durch irgendwie auf springen suchen je nachdem wie lange ich dafür brauchen kann hat sie ja mehrere stunden dauern da geht man noch nicht komplett gesucht haben gesucht haben machen wir ein bisschen weiter irgendwie so eine mission ich glaube ich habe die person gesehen die ihr sucht solche leute vergisst man nicht aber sie vergessen sich noch ein moment da war noch nicht mal in dem ding drin in dem in dem ring oder weil außerhalb von dem ring glaube ich da ist der was ist das eine nachricht für mich nun mal sehen was da steht der schwer mit dem ihr ständig jongliert wurde von einem gang krieger als vermisst gemeldet bitte bringt ihn zurück bevor eine diplomatische krise ausgelöst wird nun ich krieg mit dem gang ich will nicht verantwortlich sein schon wieder hier das ist für die mühe schon wieder sagen wir uns jetzt in einen du ihn zurückgehen habe ich jetzt freistelle ich habe den fall schon hier wir sind wie von viele von denen cool ich alle von diesen astro mich du ihnen hier freischalten sieht ja aus 21 31 wo ganz ein bisschen um man kann auch nach feed nach den dings jetzt gehen nach den nach otogunga weil da sind ja auch neue aus und goldenes dinge hat man abknallen konnte wir haben jetzt kopfgeldjäger hat heißt wir können jetzt da hingehen mit dingen einfach den chaos machen weil da sind schwöre darum war ich aber schon mal ist auch gar nichts noch da so gut ist dann die batterie hier ich kümmere mich darum ja der batterie ist jetzt schon ich weiß nicht warum die mir immer noch angezeigt wird hat man war ja nicht irgendwie der kopfgeldjagd weil die nicht hier oben aber ich habe irgendwie nicht hingeschafft hinzukommen klingt voll wie so hey was hallo kranz nie gehört wie kommst du darauf dass ich etwas darüber weiß ich nein da habe ich bis sie jagen halt ja 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 mich trotzdem irgendwie rüberkommen ob da ist ich sehe ich vom weiten aber abschließen naja ist sogar aus singen ich kenne ich aus dem politischen müsste mit der lebensweiten gerade gesehen man muss ja wusste ist da aus dem politischen da war ja irgendwie so ein fahrzeug das kann ich wie man dieses genre nennt irgendwie das ist ein fahrzeug gesteuern da konnte sie irgendwie gegen andere fahrzeuge kämpfen wo ist denn jetzt hin den fahrzeugen verloren und ja die weiterheit ein so ein spielbar charakter also so ein typen mit einer tst so ein typen mit rancor war glaube ich sogar der typ hier von javas palast wenn ich mich ihre selbst in augen verloren man kann ich die kopf ja irgendwie kann ich irgendwie aktivieren irgendwo erst mal erfinden schwer ist hier irgendwo noch mal auf kurs dann habe ich angenommen habe ich mich ja schon voll spoiler mit der 1 für planeten vorkommen ja mit dem menü hätten sie vielleicht nur so ein bisschen kippen panake ja mein anruf die letzten kommt du hinzustehen ich werde heute spieler nach hause kommen ja da kann man ja mal machen das werde ich aber nicht schwere mission die ich der kopf geld jagt hier irgendwo anders notiert oder so so habe ich immer noch nicht gefunden habe ich die nicht das habe ich eine andere quest angenommen aber dann machen wir die als erstes musik ist es ja fahren am starten und so so machen wir ich finde ich nicht jetzt irgendwann wieder finden naja schon episode 1 material wir machen vielleicht mal definitiv weitermachen als ihr losgezogen seid um das kampfschiff der handelsföderation zu zerstören und ihren bösen plan zu stoppen vor zehn jahren habt ihr sie doch aufgehalten oder ihre kampf droiden greifen nämlich immer noch an sie müssen in irgendeiner weise fehlerhaft sein die sie funktionsfähig hält obwohl sie den empfang verloren haben auf jeden fall müssen wir sie zerstören und zwar schnell könnt ihr uns wieder helfen wir sind zehn jahre vergangen es ist nicht so unwahrscheinlich dass einige neue hängen gesendet worden sind ok ja das muss auch getan werden also schicke ich euch raus um die bereiche zu räumen in denen die droiden gesichtet wurden viel glück viel glück das endgültige ende der kampf droiden ich kann nicht nur aus den ganzen ps1 spielen das habe ich noch nicht mal gewusst hat er in kraft aber ich soll die kampf drogen die musik von hier ist immer noch am spielen damit sie aus den augen verloren da war hat aber nicht sie oder aber manchmal punkte wenn ich ja im moment ich weiß wir kosten hat 15.000 ja kommen die richter wieder ein ich weiß gleich locker wieder alle rein ja kalt mache war der kampfmusik von mir man weiß man die musik die mission ja wenn ich bin ich irre dann hatte man konnte ja mit jedem charakter irgendwie so eine story mission oder so abschließen ich glaube sie hatte ein ending irgendwie so ein bad ending irgendwie wenn man das spiel mit ihr durch später was irgendwie ich glaube darauf hingedeutet wurde dass sie ein bisschen weil sie war irgendwie kurz davor von java irgendwie na das war grauseliger als zuzusehen wie bosnus eine schule verputzelt es ist aber irgendwie handgreiflich gegenüber sie wurde weil sie nicht ich meine mich da irgendwie an sowas zu erinnern guckt einfach mal weiß da was dem politischen ending nach wo ich das jetzt so sehen warte mal ich glaube da kann ich öffnen jetzt ich glaube da war irgendwie soweit es wurde irgendwie so angedeutet da irgendwie sowas war wenn ich mich irre ich glaube ich habe da irgendwo letztens so ein kopf gefunden hier für sicherlich behilflich sein und da kommt und vom biet neues schloss muss auch lassen habe ich ja noch gefunden großartig wurde auch zeit dass der schlosser jemanden mit dem passwort schickt lasst mich durch schöne wohnung ganz nett haben sie es hier ihr schaut nach mir das ist sehr aufmerksam aber ich hatte nicht vor mich noch mal auszusperren ich habe beschlossen ein siedler zu werden und das haus nicht zu verlassen zum glück gibt es einkaufsdroiden was ich habe sie noch ja sie ist immer noch hier also ein ending war ein bisschen kratzt glaube ich ist doch mal selber nachgucken ich meine so irgendwas in der art war sie war irgendwie kurz davor irgendwie von java handgreiflich zu werden auf unanständige art also irgendwie dort in der art war da glaube ich da kann ich mich erinnern was ziemlich krass war damals aber damals war halt noch eine andere zeit meine leute hat noch nicht so sensibel die leute wirst du noch ja oh nice hat mit dem läufer was geht meine patrouillen in der stadt haben bestätigt dass die defekten kampfdroiden keine gefahr mehr darstellen gute arbeit kampfdroiden die zerstörung durch die kampfschiffe der föderation überlebt hat müssen wir annehmen dass das kein einzelfall war lasst uns zusammen den frieden erhalten frieden für die republik größer wäre und wie bitte welche wäre es gibt kein empfehler noch nicht steckt da irgendwie in der tür fest da kann ich den kopf geklagt jetzt auch mal irgendwo aktivieren wie die sache glaube ich ein bisschen einfacher machen aktuell auf herausforderungen neben aufträge posers ja ich weiß jetzt nicht es war doch auf irgendeiner planeten dich letztens war ich glaube es war auf auf kursant senats beziehungs stohlenes wissen hier das ist das hat jetzt wenn ich dich mein gott denkst du ja deine aussehen gleich singst du deine abdenklieder ja ich habe mich auf der karte markiert du kannst mir nicht entkommen jetzt sehe ich dich ich denke ich endlich ich habe mich nach da oder auf morgen habe ich als charakter jetzt freistadt waren kater sie war ein kater ist hart jagst mich durch die halbe galaxis wegen eines haufens wertloser steine aber wenn du so scharf darauf bist sag ich dir wo sie sind und du lässt mich laufen abgemacht nein also ich dachte wir uns aus sechs näher ja hier ist das wissen blubb gute entscheidung deine halle können schweben irgendwo zwischen tatouinen und hier mal warum sollte ich mich mit etwas belasten was ich nicht verkaufen können also habe ich sie über bord geworfen gibt es auch nicht eine spur zu verwischen was ja mal gar nicht geklappt hat so jetzt weißt du es ich empfehle mich viel glück also wenn ich geholfen kein deal wo bist du aber muss ich da ich war noch mal zum gang ganz ja zur roto bunga schon mal hier sind ich bin nicht direkt hier nämlich direkt so noch mal einmal ich muss wohin zwischen hier und tätowien also irgendwo im jahren verschiedenen ich muss ja sowieso nach tätowien dann nehme ich meine irgendwie zu im welt haben irgendwie fliegen die dinge herum die tanki aus 29 61 buch war so diesen einen typen im hangar muss ja auch noch ein auftrag erleben sein ledigen glaube ich ne es ist noch irgendjemand der so angezogen ist wie er oder so ich weiß schon direkt zum hangar gehe ich hätte eigentlich irgendwie hat fliegen können aber nicht mit mir sind wir zwei schiffe ok jetzt sind wir zwei schiffe in der welt herum reisen würde ich gerne ich nehme an hier na jetzt sind wir zwei schiffe cool ich weiß nicht warum vorher nicht zwei schiffe waren aber jetzt zwei schiffe ich wollte schon sagen ich kann beide ändern nein ich kann mit dem teil nicht schießen ich beherrsche über sechs millionen kommunikationsformen ich beherrsche über sechs millionen kommunikationsformen ja ja für die republik für demokratie ja das sind die ganzen linger das ist die story mission ja was der team ich habe mir ein schiff mit dem ich nicht schießen kann der story bereich sein soll ich habe mir ein schiff mit dem ich nicht schießen kann man sagen der mist das ist unlogisch mit dem teil aber trotzdem natürlich ein schiff mit dem ich schießen kann aber solchen jetzt wissen welches schiff schießen kann und welches nicht der konsole geht dann tut trotzdem ja irgendwie wir versuchen wir nochmal diesmal mit warfen wird zurückgekommen mit warf du hast dann starte ich eigentlich mit drei von fünf denn wie macht das ding kein schaden wo sind die dinge steinchen mal zwei bitte das war das ist eine institution die sich lohnen wird verlaufen aber moha da sind diese ringe solche auch hier wenn unprofessioneller kopfgegege als dass der geschmeckt haben wir hier sachen kommt in dem weltraum und professionell ist das ist das weil ich habe schon die dinger ja da habe ich rein einer befähigt sich irgendwo anders aber ist ja wow warum bist du nur so ich habe das jetzt ganz rechtmäßig gestohlen du hast so viele goldene schiffe fang mich drauf wenn du kannst ja wir du hast mich erwischt und das schiff zerstört danke bruder ich glaube da wenn ich da eingehen dann kommen irgendwie so riesige geschiffe oder so in er ist mir auch schon passiert glaube ich ausgehen oder weil wir nicht ich meine wie in dem welt von da war irgendwie so ein riesiges sternen schiffe das war wenn ihr sagt ich glaube ich komme irgendwie aussuchen ging auf wen ich hier schieße um verschiedene leute irgendwie zu unterstützen wo sei hier okay die republik da sind jetzt sind die dinger wieder da so unübersichtigt das gesicht ja weiß nicht was ich meine tier schafft aber deswegen machen hat ja ich habe ich in einer einzelnen teile zerlegt für das stück mich so eine stimme kann ich nicht ernst nehmen kollege so jetzt mal schon denken wir von anfang an so ein riesiges schiff noch aufgetaucht hier so ein federationsschiff ich wusste nicht was damit auf sich hatte aber das einfach so gesporn land der laktische republik hat geworden dafür gibt es auch einen stein cool so sind die letzten beiden die waren aber hier nicht da oder in der karte im welterom ist irgendwie voll verwirren man könnte meinen dass im welterom das alles irgendwie unendlich nur wollte weg so haben wir das ja noch machen die mission auch noch zu ende nehme ich an und dann bei mitten ein mitten ein mitten ein sehr gut mache ich gott haben wir die kürze sagen geschlossen machen wir beim nächsten mal weiter mit der story und gucken mal wie es endlich ins mutter geht ne hey yo ups vielen dank dass ihr die holocorns zurückgeholt habt bedauerlich dass wir die dieben gehen lassen mussten aber das uralte jedi wissen zurückzubekommen war viel wichtiger apropos mal sehen lichtschwertkampf für dummies jodas 10 beste machtfähigkeiten obivans frechste sprüche ja scheint alles da zu sein oh mein gott also lang gestohlen es ist okay jede ich muss natürlich wieder noch kaufen das ist immer so eine das mache ich immer so ein bisschen traurig ich ja trotzdem noch kaufen muss naja dann sage ich das war's heute in der nächsten folge machen wir dann weiter mit hier sie werden dann wahrscheinlich hier mal es war neu also eine diplomatische lösung interaktionen zwischen den charakteren na und ich möchte ich mit dem platz bei na gut da habe ich sagen das war es für diese folge in der nächsten folge machen wir dann musik jetzt die bilder sind weg nein da sind sie noch okay und dann sage ich ja jetzt machen wir weiter mit der story wird man nicht schon weg und wir suchen hannikens mutter umzugen ob es sehr gut gehen ich bedanke mich alle zuschauen ich hoffe ich habe diese folge fallen wenn der hinter das doch bitte ein abo oder kommentar das wird mich so freuen und dann sehe ich euch in der nächsten folge